Hallo Philosophen und solche, die es werden wollen! Ich habe letztens euch gefragt, über welche Themen ihr mit mir und mit der Gemeinschaft diskutieren möchtet und mein guter Freund Janne hat geantwortet, na es klingt vielleicht im ersten Moment nach einem psychologischen statt einem philosophischen Thema, aber was mich im Moment sehr interessiert ist Empathie – mich übrigens auch – im Sinne von im Kontakt mit den eigenen Gefühlen sein, sowohl in Bezug auf sich selbst als auch gegenüber anderen. Man kann sich dazu Fragen stellen wie, was ist das für ein Ding? Woher wüsste man, ob es existiert bzw. wann es auftritt? Besteht, wenn ich Empathie habe, noch einen Bedarf für so etwas wie universelle Moral oder ist das dann damit schon abgedeckt? Und das, denke ich, sind alles sehr spannende Fragen, über die ich mit euch heute reden möchte. Ja, was ist das? Was ist das für ein Ding? Die Empathie? Empathie ist für mich so ein, ja, es ist so ein Gefühl, dass man hat, oder die, ist die Fähigkeit, nein, ist nicht nur das Gefühl, sondern die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzusetzen, das ist eine Komponente, und auch die Gefühle des Anderen zu fühlen. Und für Leute, die Empathie haben, ist das manchmal sogar auch sehr unfreiwillig. Wenn man zum Beispiel sieht, wie jemand sich verletzt und man hat Empathie mit dieser Person, dann tut es einem auch so ein bisschen weh, oder man hat so ein Gespür dafür, wie sich diese Person fühlen müsste, fühlt in dieser Situation. Und ich denke, es ist auch eine sehr wichtige Fähigkeit, diese Empathie zu haben mit anderen Menschen. Denn wenn wir Empathie haben zu anderen Menschen, ist es dasselbe, Gefühl, auch Empathie mit uns selbst zu haben. Also wenn wir das eine nicht haben, dann denke ich auch nicht, dass wir das andere haben. Wenn wir keine Empathie mit uns selbst haben, dann können wir auch keine Empathie zu anderen haben, und andersrum, beziehungsweise es fällt uns schwerer. Es gibt natürlich auch Menschen, die mehr Empathie mit anderen haben als mit sich selbst. Oder Leute, die mit sich selbst viel Empathie haben und nicht mit anderen. Das gibt es eher weniger. Aber zurück zur Frage, was ist das überhaupt ein Ding? Es ist gar nicht so leicht zu beantworten. Und ich denke, ich werde auch mehrere Videos über diese Frage machen. Gerade weil es auch mehrere Fragen waren, die Janne dort zur Diskussion vorgeschlagen hat. Weil es wirklich ein sehr komplettes Ding ist. Und es ist auch etwas, was nicht bei allen Menschen entsteht. Beziehungsweise, ich denke, es ist ganz natürlich für den Menschen, Empathie zu haben. Aber diese Empathie kann verloren gehen. Zum Beispiel durch Misshandlung. Wenn ein Kind misshandelt wird, extrem schwerst misshandelt wird, dann kann es passieren, dass diese Empathie verloren geht. Obwohl es eben so eine essenzielle menschliche Eigenschaft ist. Diese Empathie. Und genau, da kann wirklich was kaputt gemacht werden. Auch wirklich. Von richtig schlechten, gemeinen, grausamen Eltern. Denn es ist wirklich eines der kostbarsten Schätze, die wir haben, ist unsere Empathie. Und wie Janne schon angesprochen hat, ist Empathie auch sehr verwandt mit der Ethik. Wenn ich Empathie habe mit anderen Menschen um mich herum, dann fällt es mir ganz leicht, ethisch zu handeln. Und dann brauche ich unter Umständen noch nicht einmal ein wirklich abstraktes, in Anführungsstrichen, philosophisches Gedankengebäude über die Ethik. Oder ich brauche keine komplexe Theorie über die Ethik, wenn ich Empathie habe. Das ist eine These, der ich teilweise zustimme. Nicht ganz. Darüber werde ich in einem anderen Video drüber reden. Aber es ist wirklich eine sehr essenzielle Eigenschaft. Und es ist auch nicht klar zu definieren, was Empathie ist. Also wie gesagt, für mich ist wirklich, wenn ich jemanden sehe und ich denke so, ich spüre so wirklich, was die andere Person fühlt. Gerade wenn es Glück ist, wenn es Freude ist, dann ist es sehr ansteckend oder Traurigkeit oder Schmerz und so. Das ist sozusagen diese Empathie. Und dadurch wird das Leben erfüllender, würde ich sagen. Es gibt dem Leben mehr einen Sinn. Denn wenn ich keine Empathie zu anderen Menschen habe, dann bin ich isoliert. Weil mir wirklich die Fähigkeit fehlt, wirklich gute Verbindungen zu meinen Mitmenschen aufzubauen. Also ich kann mit Leuten reden, also der Psychopath zum Beispiel, redet mit Leuten, manipuliert sie häufig und ist mit seinen Mitmenschen in einem gewissen Sinne im Kontakt, weil er mit ihnen redet und ein Informationsaustausch stattfindet oder ein Lügenaustausch im Falle des manipulierenden Psychopathens. Aber wirklich eine emotionale Verbindung kann nicht aufgebaut werden, wenn man wirklich diese essenzielle Fähigkeit nicht hat. Man kann sie, wie gesagt, verlieren. Man kann sie, wenn man sie nicht ganz verloren hat, dann kann man sie meiner Meinung nach auch wieder aufbauen. Also ich spreche da aus eigener Erfahrung. Bei mir war das so, dass meine Empathiefähigkeit lange vergraben war und nur oberflächlich ein bisschen vorhanden war und ich in den letzten Jahren erst wirklich diese Fähigkeit wiedergewonnen habe. und wie ich auch merkte, als ich mich wirklich damit auseinandergesetzt habe, wer bin ich und wie stehe ich zu meinen Mitmenschen und was will ich und all sowas und wirklich mich hingesetzt habe und wirklich versucht habe, tiefe und bedeutende Gespräche mit anderen Menschen zu führen, da habe ich wirklich mitgekriegt erstmal, wie wenig davon eigentlich vorhanden war bei mir. Da wäre erstmal gar nicht so viel vorhanden. Und diese Leute, die zum Glück Empathie hatten und auch Empathie mit mir, die haben mich darauf aufmerksam gemacht. Die waren offen zu mir und haben mir gesagt, hey Marco, da fühle ich mich nicht gehört oder beziehungsweise sie haben die Situation geschildert aus ihrer Perspektive und dann habe ich gemerkt, oh, ich habe nicht so viel Empathie. Und erst als ich mich wirklich damit beschäftigt habe und auch versucht hatte, Empathie mit mir selbst zu finden, da ist diese Fähigkeit immer mehr erwacht und das hat mich auch sehr viel, mir ein sehr viel glücklicheres Leben beschert, ein sehr viel offenes Leben, ein Leben voller Gefühle, ja, nicht nur, nicht nur Freude, ja. Also wenn man sagt so, ja, glückliches Leben, besseres Leben, es geht nicht nur um die sogenannten positiven Emotionen, sondern ich finde es auch toll, dass ich auch Trauer spüren kann, auch wirklich so richtig tief spüren kann, weil ich eben diese Empathie mit mir selbst habe. Und das habe ich erst erlangt, wirklich auch als ich überlegt habe, was ist in der Vergangenheit mit mir passiert, ja. Wie wurde unter Umständen meine Empathiefähigkeit zerstört, ja. Was wurde mir stattdessen beigebracht, ja. Welche Verhaltensmuster, welche Umgangsformen, ja. Wie wurde mit mir umgegangen, dass ich denke, ich kann auch andere Leute ohne Empathie behandeln, ja. Oder grausam war ich nicht wirklich, aber ich war einfach nur so, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen kann, ich weiß nicht, was das bedeutet, ja. Ich habe keine Empathie. Also ich habe bestimmt auch Leute verletzt, aber ich hoffe nicht zu sehr. Und ja, und wirklich, also das ist vielleicht auch so ein Appell an euch, die ihr das seht. Also mit Janne und anderen Freunden rede ich da recht häufig drüber und für uns ist das etwas Selbstverständliches geworden, diese Empathie zu haben. Aber ich weiß, dass viele Leute, denen ich so begegne, also so zufällig jetzt, die nicht in meinem Freundeskreis sind, sondern die man, also all die Leute, die man so zufällig in seinem Alltag begegnet, bei denen kriege ich mit, dass wirklich Empathiefähigkeit oft zu wünschen übrig lässt. Und das macht mich sehr traurig. Und deswegen ist dieses Video, wo ich eigentlich nur so meinen Gedanken freien Lauf lasse über das Thema Empathie, ist dieses Video auch automatisch ein Appell an euch, an die Leute da draußen, die zum ersten Mal von diesen Themen hören, ja. Die zum ersten Mal sich ein bisschen damit beschäftigen, was Empathie so ist, was das so macht und all sowas. Für die, denen möchte ich sagen, hey, wenn du dazugehörst, wenn du nicht sicher bist, wie viel Empathie du hast und wie viel Empathie du für dich selbst hast und für andere, das ist etwas, was echt faszinierend ist. Wo es sich echt lohnt, sich damit auseinanderzusetzen. Und eine Sache, wie man das machen kann, ist zum Beispiel, sich damit zu beschäftigen, was, einmal wie fühle ich mich, ja. Wenn du dich häufig fragst, wie fühle ich mich, ja. Das kannst du machen, also wenn, ich meine, wenn es anders nicht geht, stell dir ruhig einen Vektor, ja. Zu bestimmten Zeiten, dreimal am Tag oder so, mit deinem Smartphone, wo du draufstehst, wie fühle ich mich, ja. Das kann schon sehr viel helfen. Idealerweise hat man Freunde, die einen das oft fragen, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Nicht nur einfach so, hey, wie geht's? Gut. Sondern so wirklich Freunde, die sagen, hey, sag mal, wie geht's dir? Wie fühlst du dich gerade? Was geht in dir vor? Das ist wirklich, denke ich mal, das Ideal. Und so, ich meine, mit solchen Freunden hat man, also kann man gar nicht anders, als ganz viel Empathie zu haben für sich selbst und für andere, weil man es dann gewohnt ist, von seinen Freunden halt oft gefragt zu werden, wie man sich fühlt. Aber auf diesem Level sind noch nicht so viele Leute. Und das ist etwas, was, genau, was meiner Meinung nach, es wäre besser, wenn man sich darum kümmert. Denn es ist wirklich so essenziell und es ist einfach ein, also ich kann es gar nicht beschreiben, wie anders das Leben ist. Wie viel wacher ich jetzt bin, ja, eben durch diese Empathie. Also ich bin total der Fanboy, was Empathie betrifft. Empathie ist total super. In anderen Videos, in späteren Videos, werde ich vielleicht dann noch mal ein bisschen Kritik üben an der Empathie oder wo, ne, nicht wirklich Kritik, also aber wo eventuell die Grenzen der Empathie sind. Und ja, und ich denke, dass das Video war erstmal lang genug. Und ich bin gespannt, was ihr so über diese Gedanken denkt. Besonders, wenn ihr euch mit dem Thema noch nicht so viel auseinander gesetzt habt. Okay, wir sehen uns morgen. Tschüss! Tschüss! Untertitelung des ZDF, 2020